Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir werden jetzt hier erstmal ein Unboxing machen und zwar hat mich die Firma Bob & Brad gefragt, die haben Videos von mir gesehen, ob ich da vielleicht Interesse daran hätte, ein Produkt von denen vorzustellen, was vielleicht für meine Leute interessant wäre, also für meine Abonnenten und ich habe mir den Link angeguckt, was sie mir geschickt haben und ich fand das selber sehr interessant, das ist so ein Massageteil, das ist so ein Klopfer hier, so sieht man das vielleicht, das mal noch ein bisschen runter machen, nicht wundern, dass es hier jault, das ist Mausi, die ist immer noch rollig und ich fand das selber sehr interessant, weil wir haben von Schwiegermutter, haben wir so ein ähnliches Teil gekriegt, so ein längliches mit so einem Knubbel dran, was also nicht so, sondern nur mit Vibrationen arbeitet, das ist schon sehr gut, aber Frauchen, wenn die ihre, die hat halt, wenn die ihre zwölf Stunden hatte, also die hat, also zwölf Stunden hatte, klingt auch scheiße, aber, also die ist Krankenschwester und wenn die ihre zwölf Stunden Schichten hat da und abgekämpft nach Hause kommt und dann hat sie ja noch zwei Stunden Fahrt hin, zwei Stunden Fahrt zurück, also sie ist da ja ewig auf der Beine und da habe ich gedacht, dann könnte ich ein Frauchen dann auch in den Fallen tun, da kann sie sich oder ich ihr die Waden abkloppen oder so und da dachte ich, das ist vielleicht ganz interessant, da ist auch noch Zeug mit bei, aber nichtsdestotrotz packen wir jetzt erstmal aus und gucken, was da so drin ist. Oh cool! Das kommt so ja in einer schicken Tasche daher. Also kann man das in den Schrank räumen und man hat nicht Einzelteile rumliegen, sondern man hat hier auch mit einem schönen Koffer mit Logo und hier so ein Gummigriff und man kann das halt mitnehmen für den Urlaub zum Beispiel oder, also wenn man Sporturlaub macht oder halt im Schrank packen und dann rausnehmen. Also die Reißverschlüsse haben hier so eine Gummierung außenrum. So, dann gucken wir mal, was wir hier schönes haben. Wir haben hier ein Gummipenöbelteil. Dann haben wir, ach hier sind die einzelnen Massageköpfe, das ist irgend so ein härterer Styropor. Also ich habe gedacht, das ist Gummi. Ne, das ist so ein härterer Styropor. Also ich kann jetzt nicht eindrücken doll oder so. Der ist das und davon haben wir halt verschiedene. Ich packe erstmal die, oh Gott, die ist gut drin. Die Pistole aus, die hat aber Gewicht. Und da haben wir dann praktisch einmal so ein Teil. Ich habe gar keine Ahnung, für was das alles ist. Dann so ein Teil. Dann so einen breiteren Klopfer. Ach hier, das ist Gummi. Das ist Gummi, das ist auch ein bisschen luftig. Okay. Und dann halt das mit der Bommel dran. Und hier so ein Ersatzding, also irgendwie, keine Ahnung. So, dann die Pistole. Packen wir auch. Die hat aber ja einen schönen Gewicht. Und da kommen die Aufsätze dann rauf. Hier haben wir einen An- und Ausschaltknopf. Ist da noch Saft drauf? Okay, Saft ist noch drauf. Wir können es auf jeden Fall gut testen. So. Also von der Verarbeitung sieht es auch sehr gut aus. Festiowertig an. Aber wir gucken jetzt gleich mal weiter. Wir haben dann noch ein USB-C Kabel mit bei. Um es natürlich auch zu laden. Der ist dann unten, der USB-C Kabel. Und wir haben Anleitungen mit bei. Da gucken wir doch mal rein. Da muss ich dann auch mal nachlesen. Da wird dann meine Frau heute Abend mein erstes Opfer sein. Die muss dran glauben. Und gucken, ob die Ehe fällt. Ah, hier stehen die Facebook-Seite, die Instagram-Seite, die YouTube-Seite und die Telegram-Seite von denen drauf. Und hier haben wir dann die Erklärung. Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Wir gehen mal auf die deutsche Seite. Das ist so ein Trick von mir. Wenn die weiß, dass ich die Anleitung vielleicht nochmal brauche. Beim ersten Mal Deutsch aufschlagen. Ein bisschen knicken. Dann ist wirklich deutsch. Wenn wir jetzt hier wieder zumachen oder so, kriegen wir halt immer schnell die deutsche Seite. Und zwar, wir haben hier Auf-Off-Ausrüstung. Griff aus Silikon. Ganganzeige. Ladestation, äh, Lade ist unten. U-förmiger Kopf. Kleiner Kugelkopf. Kugelkopf. Luftkissenkopf. Flachkopf. Haftungsanschluss, Warnung. So. Und hier steht dann halt die Prozentzahl. Ja, Mausi, du musst runter. Du darfst jetzt hier nicht auch. Ja, die ist gerade sehr liebebedürftig. Also, LED 1, 2, 3 und 4, die dann hinten an dem Gerät angezeigt werden. Also, erst 1, dann 2, dann 3 und dann 4 LEDs. Es stehen für eine LED für 25%, 2 für 50%, 3 für 75% und 4 für 100%. Dass man es ausmachen soll und bevor man die Dinger da wechselt, steht hier auch drauf. Das ist mir klar, dass ich im Betrieb die nicht einfach so. Aber, ja, für die Amis ist das ganz gut, dass das einzeln steht. Die wissen ja auch nicht, dass man den Tempomat anmacht und hinten Kaffee machen gehen kann. Das geht nicht, dass es kein Autopilot ist, sondern einfach nur die Geschwindigkeit hält. Da hat ja ein Wohnmobilkäufer in Amerika geklagt und Recht gekriegt, weil es nicht in der Anleitung stand. Sachen gibt's. Ach, hier steht es auch erklärt. Auch das finde ich gut. Hier steht es erklärt für Kugel- und Flachkopfmassage auf beiden Seiten der Taille. eine Vibrationsgeschwindigkeit von 2 bis 3 wird empfohlen. Flachluftkissen, Schulterblätter und Rücken. Okay, und so und das ist auch für da. Gabelaufsatz bei beiden Endenaufsatzseiten einer Wirbelsäule aufsetzen und Vibration. Stufe 1 wird empfohlen. Ja, da sollte man halt nicht so da ran. Für die Arme, für den Nacken, für die Hände, für die Beine, für die Füße, für den Po, Oberschenkel, Bauch, also unterer Bauch, wird auch erklärt. Und auch hier mit anhand Wissen über Vibrationsmassage. Wie das funktioniert. Ganzkörpermassage. Und dann waren wir schon. Also das ist sehr interessant. Also hier steht wirklich alles gut erklärt drin. Ich mach das nochmal für euch so an eine Seite rein, dass ihr das so sehen könnt. So, da vielleicht. Also steht wirklich gut erklärt, welche Geschwindigkeit und wie und so. Aber wir werden die Kugelköpfe im Hardware Video gleich mal benutzen. Ich werde sie am Eigentest mal versuchen. Achso, das ist... Muss ich das dann da noch aufsetzen? Dann muss ich nochmal nachlesen. Bei so einem Gummipinöpel oder ist das ein Ersatz? Hier ist ein Gummipinöpel bei. Ach, das ist für die einzelnen Geräte. Da ist ein Ersatzgummipinöpel bei. Für hier oben. Ne. Ne, da ist eine Kerbe bei den anderen drin. Also so ein Gummipinöpel. Hier nicht. Ich muss nochmal nachgucken. Aber hier ist auch nichts über einen Ersatzgummipinöpel erklärt. Also das hier, was hier mit bei ist. Gucken wir mal im Lieferumfang. Steht hier irgendwie Lieferumfang? Haftung, Wartung, Sicherheit, Warnung. Aufladen, Arbeitsschritte. Technische Daten, Garantie. Ne, steht nicht da. Da wird schon irgendeinen Grund haben. So. Den USB-Kabel werde ich nicht benutzen, den originalen, der mit bei ist. Bei USB-C habe ich hier sowieso verlegt wegen meinem Handy. Am Bett. An der Couch. In der PC-Ecke. Überall. So. Und dann. Würde ich sagen. Dann war das für das Unboxing. Wir haben uns alles angeguckt. Wir gucken uns gleich im Hardware-Video an. Wie ich mich das erste Mal damit massakriere. Hat wirklich ordentlich Gewicht. Aber er hält sich gut in der Hand. Also wirklich. Das ist unten hier alles. Alles Silikon. Der hält sich wirklich. Und hier oben auch. Der hält sich sehr gut in der Hand. Aber er hat halt wirklich ordentlich Gewicht. Holler der Waldfee. Da bin ich mal spannend. So. Dann soll es das jetzt soweit auch gewesen sein. Ich würde sagen. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns gleich im Hardware-Video. Bis dahin. Ahoi. Seid euer Odin. Zase. Däumchen. Olin. Zase. Zase. Zase.